Das coolste an meinem Job ist, dass man das ganze Unternehmen kennenlernen kann. Das heißt, vom Einkauf über Vertrieb kann man das ganze Unternehmen kennenlernen, aber auch sich einbringen und damit aber auch Mehrwert für das Unternehmen schaffen. Die Herausforderung in unserem Job ist, dass man viele Themen bearbeitet und man muss fokussiert sein und sich auf die wichtigen Themen konzentrieren, weil im Controlling man viele Themengebiete auch bearbeitet. Und da ist es wichtig, eben hier den Fokus zu behalten. Ich bin Bereichsleiter im Controlling der REWE hier in Österreich und bin Business Partner für die Handelsfirmen, hier mit den Schwerpunkten Drogerie, als auch Lebensmitteleinzelhandel. Und wir bedienen auch die Vorstände hier mit unserer Expertise. REWE ist nicht nur in Österreich tätig, sondern REWE bedient auch weitere europäische Länder im Sinne eines Controllings und eines Business Partnerings. Zusätzlich zu den Haupttätigkeits- Tätigkeitsfeldern wie Lebensmitteleinzelhandel und Drogeriefachhandel hat die REWE eine Menge an anderen Tätigkeitsfeldern. Von der Logistik, Fleischproduktion bis hin zu den Mediengesellschaften, das heißt Radiowerbung oder aber auch Agenturservices, Veranstaltungen von Events gehören zu unserem Tätigkeitsfeld. Wir haben Controlling, wir erhalten vom Unternehmen die Daten, die wir tagtäglich sammeln. Diese werden aber und die müssen wir auch zu Informationen weiterverarbeiten, um den Gewinn bestmöglich auszusteuern und hier dem Vorstand zu helfen. Mein Weg ins Controlling war klassisch. Ich habe an der WU studiert, habe dort aber nicht klassisch Wirtschaftspädagogik studiert. Das Wichtige im Controlling ist, dass man die viele Grundrechnungsarten beherrscht. Und wenn man das kann und Herzblut hat, dann ist man mit dabei.